Hugnate! Hugnate! Zurück, anmerkunde, sieh, sieh! Klappe. Klappe. Lucila schneidet mit dem Speer unter den Elmer. Der gerecht Zuschauer hat nicht gedacht, dass das keine Staube fällt. Angriffe? Klar, aber Ruber musst du aufhören, sonst mach sie nicht zu weit auf, ja? Sieh. Hugnate! Skafft! Ah nix, mal vorbei. Ich kann hier sagen, wer es ausführen möchte, das kann auch... Der Schraub war nicht, aber hier, das wird immer drauf. Da war auch. Ah, okay. Der war sehr laut. Ne, ne. Das war die flache Seite von der Spitze. Ja, die war die flache Seite. War alles gut. Pugnate! Du musst die Spitze reinkriegen. Spitze, weiße... Starte! Da hinten Trefferfuß gewesen zu sein. Was? Das war eigentlich nur der Schaft. Okay. Ich fühl irgendwas, also da geht einfach an. Pugnate! Das ist der nächste Runde. Das ist wirklich... ... Das ist alles gut. Das ist ein Runde. Ich'll mich das jetzt auch gewöhnen. Es wird die Szene abgefahren, aber ist schon wieder eine Erwartung. Starte! Echt schöner! 2-2! 3-1! 3-1! Oh, jetzt geht's, Lieber! Hier geht's! Yay!